So, mein Name ist Johnny Knoxville und das ist der ISWO-Bump. Ach, filmst du jetzt oder was? Ja. Warte mal, bis die nächsten noch weg sind. Das ist der ISWO-Bump. Ist das ein Bump überhaupt? Wieder hinfällt es. Okay, jetzt filmen wir einfach. Also, warte mal. Also, filmst du mir jetzt? Ja. Ja, ich bin da ISWO und ich flieg da jetzt halbwegs rein mit einem Kopfsprung, okay? Ja. Okay. Helf mir mal raus. Wie? Du bleibst jetzt da drin? Helf mir mal raus, Handel. Du hast aber einen roten Kopf, Junge. So, das ist Johnny Knoxville und das ist der ISWO-Bump. Gute Nacht. Ja, das ist hier jetzt auch rutschig. Da fällt man auch mal um. Gute Nacht